Der Zauberwald Schön, dass du dir Zeit für dich nimmst. Konzentriere dich für den Moment nur auf dich. Atme ein und wieder aus. Mit jedem Einatmen nimmst du Ruhe in dich auf. Jedes Ausatmen lässt Gedanken los. Mit jedem weiteren Einatmen gehst du tiefer in den Zauberwald. Hörst du das Rascheln? Im Schutz der Bäume leben viele lustige Wesen. Sie alle kommen, um dich zu sehen, um dich kennenzulernen. Sie tänzeln um die Bäume herum und sind neugierig auf dich. Jetzt erreicht ihr alle zusammen den See. Du schaust in die Tiefe des Wassers, nimmst einen tiefen Atemzug und genießt den lauen Wind. Verbinde dich mit diesem einmaligen Ort und deinen Begleitern. Beobachte die Natur. Die Tiere, die um dich herum tanzen. Nimm dir Zeit und beobachte die friedliche Welt. Deine friedliche Welt. Mit etwas Fantasie siehst du vielleicht einen Zauberling oder andere Waldbewohner. Der Zauberling hat dich entdeckt und bittet dich, ihm tiefer in den Wald zu folgen. Ihr kommt an einen wunderschönen Ort. Sein Zuhause. Er bittet dich hinein und du folgst ihm. Der Ort fühlt sich gemütlich und einladend an. Du atmest tief ein und genießt die erdige Luft, das feuchte Moos und das Plätschern des Wassers. Du suchst dir den Platz aus, den du am liebsten magst. Erhole dich von dem Waldspaziergang. Er umsorgt dich, bewirtet dich. Du genießt diesen wundervollen Moment. Jetzt ist es langsam wieder Zeit zu gehen. Du dankst dem Zauberling für seine Gastfreundschaft. Hier lauft nun beide zusammen den Weg zurück. Du drehst dich um. Auf einmal bist du wieder alleine. Oder warst du die ganze Zeit alleine? Nur du weißt, was du erlebt hast. Kehre doch wieder in den Wald zurück und versuche, das Erlebte wieder einmal zu genießen, zu erleben und herauszufordern. Dein Ort der Träume, des Vergessens, der Entspannung. Verabschiede dich und kehre langsam aus deiner Fantasiewelt zurück. Atme ein und wieder aus. Es wird wieder Zeit für deinen Tag. Verabschiede dich um. Vielen Dank.